Willkommen zurück zu Mass Effect 3. Wir versuchen uns gegen die Greeper auf Renog zu wehr zu setzen und haben jetzt 5 Punkte übrig, womit ich irgendwie mal meine Schilder verbessern möchte. Das aber hiermit nicht wirklich funktioniert. Äh, auch nicht wirklich. Werfe vielleicht? Oder das. Naja, davon haben wir nur 3, also das ist im Endeffekt irgendwo begrenzt. Nehmen wir mal das hier erstmal. Ich weiß nicht, können wir nochmal? Ja, gut. Die Verbrennung, das wollten wir machen, genau. Ja, Schaden auf jeden Fall. Dann sitzt nur noch 2 Punkte, damit können wir nichts anfangen. Und ja, hier nehmen wir noch die Kampfdrohne. Und dann geht's los. Der Synclaser benötigt Sichtkontakt. Was ist der schnellste Weg? Oberer Eingang. Basis anvisieren, bevor die GES Widerstand organisieren können. Was ist mit Ihnen? Verteidigungssysteme werden deaktiviert und ein Fluchtfahrzeug organisiert. So was können Sie? Diese Einheit enthält immer noch Reste des Upgrade-Codes der alten Maschinen. Sicherheitssysteme der GES sind kein Problem für uns. Sie sind besorgt. Sie kennen Ihre Grenzen. Ich vertraue Ihnen. Mich besorgt eher, dass Sie mir nichts von den Upgrades erzählt haben. Sie haben unsere Wiederherstellung von GES-Intelligenzen aus dem Server toleriert. Aber das hier ist etwas anderes. Etwas Persönliches. Sie haben sich geschämt. Wir waren nicht sicher, ob sie pragmatisch genug wären, um den taktischen Wert dieser Verbesserungen zu erkennen. Ich weiß, organische Wesen haben nicht viel für die GES getan, aber ich versuche ihnen zu helfen. Wir hatten nicht die Absicht, sie zu beleidigen. Die GES sind doch besser als das. Nein, auf Basis empirischer Beweise sind sie das nicht. Ja. Zum oberen Eingang. Wir steigen hier aus und organisieren ein Fluchtfahrzeug. Klar. Hey! Viel Glück. Bestätigt. Ich kann es kaum glauben. Ich fasse es nicht. Die Heimatwelt. Meine Welt. Sehen Sie den Himmel? Und die Felsformationen? Darüber wurden früher Gedichte geschrieben. Wenn wir fertig sind, können Sie vielleicht ein neues verfassen. Das ist Dranoch. Die Welt unserer Vorfahren. Unsere Körper trugen die Saat, die das Wüstengras verbreitet. Haben Sie mich schon mal Kila Selai sagen hören? Übersetzt heißt das ungefähr bei der Heimatwelt, die ich eines Tages wieder zu sehen hoffe. Vielleicht schon heute. Das Wohnzimmerfenster kommt genau hierher. Sollte ich was wissen? Ich habe soeben das Land für mich beansprucht. Ich weiß, das bedeutet nicht viel. Aber wenn das alles vorbei ist, dann habe ich ein Zuhause. Die Quarianer haben Jahrhunderte als Nomaden gelebt. Glauben Sie, sie können einfach so wieder sesshaft werden? Wir haben uns daran gewöhnt, unser Zuhause immer bei uns zu haben. Nun, geh mal hinein anfangen. Das wird nicht lange gezielt, geht nicht weiter. Und die nächste Einheit. Die Minderung und Knife von Zwatcher Das wird nicht gesammelt sein. Aber hier ist alles vielleicht gut. Auf und auf zwei Jähne. Das ist doch nicht im Grunde. Auf und zwei Jähne. Ich kann hierher wiederholen. Was ich schon mal vielleicht hinter? Unsere physische Disekriegungen dazu. Genau. Ich versuche das nicht wirklich. Alssellingel, mein Gerwig das. Der wird auch nicht mehrmals zu erinnern. Teuf hast du mirglas… Alleiner, derzeit! das ist natürlich oder wahrscheinlich gibt es auch daran wenn wir zwei drei und dass er hier anscheinend so eine wichtige hauptversion ist kann man damit ja nicht rechnen dass es ein bisschen weniger sind sondern es sind ja natürlich mehr die ganze geschichte ein bisschen länger und auch schwieriger zu gestalten aber jetzt scheint es das erst mal gewesen zu sein so kann man sich täuschen ich höre schon wieder irgendeinen alarm dort ist sehr fein Verdammt nochmal, ich habe doch gerade gesagt, dass ich dich hier reinnehmen möchte. Ja, ich habe gesehen, es war eine Leiter, aber hier liegt so viel Zeug rum. Das muss ich nicht übernehmen. Und ein bisschen Monitor. Sehr schön. Muss ich da nochmal hin? Ne, das funktioniert eigentlich. Gut, dann zurück. Und hier hoch. Obere Eingang, da sollen wir hin, genau. Oh, Raketen-Heinis. Super. So, jetzt bitte Sabotage für uns und dann sollen sie schön gegenseitig abschießen. Das funktioniert bis jetzt ganz gut. Jetzt müsste eigentlich nur noch der über sein. Genau. Noch einer. Da hinten ist noch einer. Da hinten ist noch einer. ja ich kann ja hier noch weiter ah verdammt ich mach hier oben, ich mach da unten warum haben sie den jetzt elettiert oder nicht? hm, scheiße gut, dann hüpfen wir mal hier runter, wenn das geht das gibt's sogar mit schicker Rolle in Ordnung hier ist aber nicht so wirklich was ich dachte hier liegt noch was, weil hier ist gar nichts mehr ok, dann gehen wir hier wieder hoch weil da geht's bestimmt weiter irgendwo hier vielleicht äh mach ich hm ach hier vielleicht ja, alles klar ja Shepard Commander feindliche Gäste fahren ein Schild über der Basis hoch ja, nicht so schön, ne warum machen die das denn? warum machen die das denn? die Hauptbatterie besonnen die Hauptbatterie besonnen die bräuchte mehrere Stunden um diesen Schild zu zerstören so viel Zeit haben wir nicht wir haben oben auf den Gesterteiligungsanlagen eine Steuerung entdeckt die den Schild deaktivieren kann ja, also jetzt ist es hier lang und die Steuerung kann ok jetzt Verstärkung von oben also geht´s auf geht´s schild schild hit schild Ja, es läuft, es läuft. Ich bräuchte bloß ein bisschen Munition langsam. Achtung! sehr schön die nächsten Mit Röcki, natürlich, wie auch sonst. Okay. Wir schaffen das schon. Wie ist Ihr Status? Die Systemupgrades der alten Maschinen haben uns die Störung der Sicherheitsroutinen ermöglicht. Wir bremsen sie aus. Weitermachen, wir rücken zur Schildsteuerung vor. Die Reaper-Upgrades sind sehr effektiv. Das Ding verfolgt eigene Ziele. Ich traue ihm nicht. Wir brauchen ihn jetzt. Danach sehen wir weiter. Bevor ich hier raufdrücke... Ach ne, sind nur Daten. Okay. Ja, dann mutig durch die Tür, würde ich sagen. Den USA-Alarm. Admiral Garrel an alle Schiffe. Wir haben zwei Garten mit Kurs auf die Zivilflotte. Hier, Chorus. Zivile Verteidiger sind auf Abfangkurs. Wir halten sie auf, Garrel. Drittal auf, Garrel. Drittal auf. Fast. Drittal auf. Okay. Das ist, wirkt alles gerade ein bisschen zu still. Okay. Okay, das muss ich jetzt machen. Ja, dann soll ich doch. Nur noch weitergehen müssen. Okay, ich habe den Override betätigt. Wir haben Systemzugriff und umgehen die Sicherheitswassnahmen. Bereit halten. Überlieben. Schön. Ich bin jetzt. Das war's für heute. Wir haben die Sicherheitsmaßnahmen umgegangen, aber die Shade-Deaktivierung erfordert eine manuelle Eingabe. Wir haben eine Konsole in der Nähe ihrer Position aktiviert. Okay, wenn ich da drauf drücke, kommt die nächste Gegner irgendwie. Ich würde gerne meine Munition vorher noch voll machen, aber das scheint nicht zu gehen. Naja. Action. Shabbat Commander, Sie haben die Schildtüren erfolgreich geöffnet. Gut, wir sind in einer Minute zurück. Negativ. Der Weg hinter Ihnen wurde abgeriegelt. Ein Fahrstuhl in der Nähe kann Sie zur oberen Ebene bringen. Von dort sollten Sie annehmbaren Sichtkontakt zur Zielerfassung haben. Oh Gott. Äh, ich hab schon gesehen, was da runterkommt, alles klar. Ich zieh mich erstmal strategisch zurück. Ja, das war sehr clever. Ja! Ja! Raum auf Tönen. Okay, scheinbar soll ich dann hier hoch? Oh, das ist gleich der nächste Wahnsinn. Oh meine. Gut, einen haben wir geschafft. Bleibt noch einer. Ja. Sie ist drin. Ich habe das noch zwei. Schönes Ding. Der Weg hier, wenn ich denn irgendwie könnte. Ich kann das nicht. Ich kann gar nichts mehr machen. Ich lässt mich nicht durch. Oh, du Scheiß. Ich habe keine Chance, ey. Grauenvoll. Oh. Alles klar. Ja. Ja. Nein. Die alten Maschinen haben uns nicht als Bedrohung registriert. Wir raten zur Eile. Die Schöpferflotte wird überrannt, wenn sie die GES-Verbindung zu den alten Maschinen nicht beikappen. Diese Schlacht dauert nun schon Jahrhunderte, dass ich jetzt ihr Ende sehe. Und was dann, Schöpferflotte, wenn die GES-Verbindung unterbrochen ist? Alles der Reihe nach. Ja. Ja, okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und bis dann, Leute.